Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Umstyling-Umbau-Video und heute beginnen wir ausnahmsweise mal mit dem Umbau. Keine Ahnung wieso, mir war einfach danach, das hier zuerst zu machen. Und zwar gestalten wir hier das Haus, in dem Julian und Betty Reus und ihre drei Töchter wohnen um. Und das habe ich für die 600. Folge gemacht, für die 600. Folge Familie Reus. Und da seht ihr ja auch schon, wie das Grundstück umgestaltet aussieht. Vor allem halt eben hier die untere Etage. Ich habe sonst nicht viel anderes gemacht. Eigentlich nur hier diese untere Etage umgestaltet. Und ja, deswegen zeige ich euch das natürlich auch gerne. Und ich habe auch das Haus, so wie es jetzt ist, nochmal in den Exchange hochgeladen. Und genauso wie ich auch den Haushalt nach dem Umstyling, was ihr auch gleich noch sehen werdet, habe ich das auch noch hochgeladen. Also das heißt, ihr könnt die Familie, Familie Reus, Julian, Betty und die drei Töchter, sowie das Haus im aktuellen Zustand herunterladen, wenn ihr möchtet, wenn ihr damit spielen möchtet. Das Ding ist halt nur, das Haus ist weiterhin auf so einem Abhang platziert. Ich habe es hier zum Beispiel wieder an einem See platziert, da passt das ganz gut hin. Und ja, wenn ihr aber halt keinen abhangen wollt, dann würde das einiges an Constraint for Elevation Arbeit nach sich ziehen. Und ja, also das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil man sich nicht besonders gut damit auskennt. So viel sei gesagt. Und ihr seht schon, ich habe hier auch wieder ein bisschen mit Constraint for Elevation gearbeitet. Denn ich wollte halt einfach aus dieser unteren Etage einen noch besseren Platz machen, wo man halt noch besser einfach wohnen kann. Ich meine, hier sind ja dann drei Zimmer von den drei Teenager-Mädchen. Beziehungsweise die eine ist ja jetzt in der 600. Folge zur jungen Erwachsenen geworden. Aber ja, genau, von den drei Kindern habe ich da jetzt die drei Räume hingemacht. Und ich wollte halt irgendwie schon, dass alle Zimmer irgendwie auch Fenster haben. So, weil das irgendwie ein bisschen angenehmer ist. Und ja, deswegen habe ich das dahingehend so ein bisschen verändert. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr natürliches Licht in der unteren Etage. Das finde ich ganz gut. Und ja, allgemein ist die untere Etage ein bisschen schöner gestaltet. Also macht ein bisschen mehr Sinn. Und ja, da habe ich halt, wie gesagt, viel mit Constraint for Elevation arbeiten müssen. Ich musste auch nochmal komplett das Dach neu machen zwischendrin. Das ist jetzt hier nicht mit der Aufnahme drin, aber einmal zwischendrin war es halt komplett kaputt. Und ich musste es einmal komplett neu machen. Aber das ist ja okay. Ich hatte das ja schon mal ursprünglich gemacht. Also ich meine, ich habe das Haus ja auch ursprünglich gebaut. Ich weiß ja, wie man das macht. Das passt schon. Und ja, wie gesagt, der Raumplan war erstmal ein bisschen schwierig. Weil wie gesagt, ich wollte drei relativ gleichwertige Schlafzimmer hier reinbekommen. Und auch noch ein Badezimmer. Und deswegen habe ich hier so ein bisschen rumprobiert. Aber habe dann am Ende schon mal einen ganz guten Raumplan hinbekommen. Der aber dann später nochmal ein bisschen geändert wird. Also ich habe vieles gemacht anfangs. So in einer Session quasi. Und dann kam ich irgendwann wieder. Hatte zwischendrin auch noch ein paar Ideen, was ich ändern möchte. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, dass ich manchmal, wenn ich nicht Sims spiele, trotzdem über Sims nachdenke. Und darüber, wie ich Dinge gestalten kann und sowas. Bei mir ist das jedenfalls so. Und die Ideen habe ich dann halt später nochmal mit reingenommen und nochmal einige Sachen verändert. Aber erstmal haben wir hier halt eben diese drei Schlafzimmer. Also wir haben drei Teenager-Mädchen, drei Teenager-Töchter. Und die eine heißt Shannon und ist eher so kreativ und musikalisch und mag die Farbe Türkis. Und ich denke mal, man kann auch die einzelnen Räume dann sehr gut erkennen an den Farben. Und dann haben wir noch die Zwillingsschwestern Patty und Chantal. Und die sind auch nochmal ganz anders. Ich habe natürlich auch hier wieder einige Objekte beibehalten. Also die, die ich halt irgendwie noch behalten wollte, die ich noch für gut empfand. Aber dann gerade, ihr habt ja am Anfang gesehen, wir hatten viele Kinderzimmersachen. Die habe ich dann halt einfach gelöscht, weil die brauchen wir nicht. Und das ist ja nicht so wie bei Film E-Royce, wo ich irgendwie an sich dauerhaft spiele und über mehrere Generationen hinweg und da die Objekte behalte. Sondern das ist halt nur für den einen Umbau hier. Und ich habe halt nur behalten, was ich auch weiterhin benutzt habe. Und den Rest habe ich dann halt gelöscht. Wir haben aber auch weiterhin hier in der unteren Etage ein Wohnzimmer, was ich ganz gut finde. Ich meine, wir haben oben ein Wohnzimmer. Wie gesagt, wenn ihr das ursprüngliche Hausbau-Video noch nicht gesehen habt, das verlinke ich euch hier auch gerne unter dem Video. Da haben wir halt eben oben ein schönes Wohnzimmer. Und dann haben wir aber jetzt hier unten auch noch ein weiteres, was ich denke ich mal ganz, also was halt denke ich mal ganz gut ist. Das ist so ein bisschen das Wohnzimmer der Teenagerin, der Töchter. Dass die nochmal so ihren eigenen Bereich haben, wo sie halt so miteinander abhängen können. Und dann haben sie halt mit ihren Schlafzimmern jeweils nochmal so einen privaten Bereich für sich. Und ja, habe hier halt natürlich sehr viele Sachen aus dem Store verwendet. Gerade wenn ich Häuser einfach nur so für mich erstelle oder für meine Sims, dann nutze ich einfach wahnsinnig viel Store-Anhalte. Weil ich meine, die kaufe ich ja nicht einfach so. Die kaufe ich, weil ich sie nutzen will und weil ich sie cool finde. Und dann, also gerade wenn ich mit den Häusern auch spiele oder wenn ich da irgendwie meine geliebten Sims reinpacke, dann werden da auch sehr viele Store-Anhalte reingepackt. Und genau, hier gestalten wir so ein bisschen, ich glaube, oh Gott, Patty? Pattys Raum, genau. Ich habe mir das so ein bisschen gemerkt, weil Patty und Chantal sind ja Zwillinge. Und ich habe mir so ein bisschen gemerkt, dass Patty die ist, die Schwarz mag. Weil ja, sie ist ja auch kleptomanisch und sie möchte eine Verbrecherin werden. Sie möchte besser gesagt eine Meisterdiebin werden. Und ich habe mir das so ein bisschen damit gemerkt, dass es ja auch Patty und Selma bei den Simpsons gibt. Und das sind die Zwillingsschwestern von Marge. Und die sind beide nicht besonders, also Patty und Selma sind jetzt beide nicht so die nettesten, wie ich finde. Und deswegen, ja, so sehe ich die Patty hier, Patty Rolls auch so ein bisschen. Natürlich nicht ganz so, also sie ist ja auch noch nicht so alt und alles. Aber ja, ist auf jeden Fall eine ganz gute Esisbrücke. Ich dachte, die teile ich mal mit euch. Und ja, genau. Sie hat, wie gesagt, einen, wie ich finde, sehr stilvollen, ihren schwarzen, schwarz gestalteten Raum bekommen. Dann hier haben wir den Raum, der für Shannon gedacht ist. Und ich meine, sie ist ja auch jetzt eine Erwachsene und wer weiß, wie lange sie überhaupt noch in dem Haus wohnt und ob sie irgendwie bald noch auszieht, mit dem Freund zusammenzieht oder, keine Ahnung, alleine irgendwo hinzieht. Weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall möglich. Aber es schadet ja nicht, hier noch ein weiteres Schlafzimmer zu haben, wie ich finde. Und jetzt habe ich am farbenfrohsten gestaltet. Sie hat hier verschiedene Farben, gerade halt eben durch die Lichterkette. Wie gesagt, ihre Lieblingsfarbe ist Türkis. Aber durch das Bild, was hier über ihrem Bett hängt und durch die Lichterkette, dachte ich mir so, ja, warum denn, warum denn nur bei einer Farbe bleiben? Warum nicht auch irgendwie mehrere Farben hier reinbringen, sodass das hier ein bisschen bunt ist? Und ich habe ihr auch noch eine Staffelei später reingestellt. Also sie ist ja auch kreativ. Und ja, deswegen dachte ich, passt das eigentlich ganz gut zu Shannon. Sie ist ja so ein bisschen mein Lieblingskind von den dreien, von Julians Kindern. Und ja, deswegen habe ich, also finde ich, ihren Raum halt auch am coolsten. Wobei ich mag, also ich muss sagen, ich mag alle Räume. Ich mag alle Räume aus verschiedenen Gründen. Shannons Raum mag ich, weil er bunt ist. Pattys Raum mag ich, weil er echt cool ist. Also ich finde, der ist echt cool geworden. Und Chantals Raum mag ich, weil er grün ist. Weil Chantals Lieblingsfarbe grün ist. Und ja, entsprechend ist dann ihr Raum geworden. Und wenn irgendein Sim die Lieblingsfarbe grün hat, dann ist das auch immer mein Lieblingsraum. Wobei hier halt, wie gesagt, nicht. Ich finde, ich finde alle drei Räume richtig cool. Die haben halt alle ihr besonderes Etwas. Und ja, sind natürlich auch so ein bisschen, also ich denke mir manchmal auch gerade bei den Umbauvideos so ein bisschen, dass das vielleicht so ein paar Gestaltungsideen sind. Also zum Beispiel dieses, dieses schwarz-weiße Schlafzimmer, was ich da für Patty gestaltet habe. Sowas habe ich bisher auch noch nie gestaltet. Aber ich finde, das sieht richtig cool aus. Und deswegen, ja, keine Ahnung, wenn ihr das zum Beispiel auch cool findet, kann man natürlich sowas in der Art machen. Und gerade auch, was zum Beispiel so Musterkombinationen angehen oder auch das Holz, was ich da kombiniert habe mit dem Schwarz und Weiß. Ich finde das eigentlich immer ganz cool. Und ich finde, also ich finde gerade das gibt eigentlich immer ganz gute Ideen. Ich freue mich immer über irgendwie Gestaltungsideen mit bestimmten Mustern und bestimmten Farben und sowas, wie man Sachen kombinieren kann. Und gerade deswegen teile ich auch gerne irgendwie die Häuser und sowas, was ich gebaut habe, weil ich mir denke, uh, das sieht cool aus. Da ist mir aber eine tolle Idee gekommen, so in die Richtung. Und ja, deswegen, ja, ist das so ein bisschen meine Idee. Genau, das hier ist der Raum für Chantal, die wie gesagt grün mag und erkennt man so ein bisschen an dem grünen Bett und an den anderen grünen Möbeln, die hier noch in dieses Haus kommen werden. Ich mochte ja auch deren Kinderzimmer sehr gerne. Das war ein sehr großräumiges Kinderzimmer. Ich meine, kann man von halten, was man möchte. Aber ich finde auch gerade die Umgestaltung hier ganz cool. Und genau, hier kommt die Staffelei bei Shannon in den Raum. Ich habe da ja auch das Bett getestet mit zwei Sims. Das ist auf jeden Fall auch benutzbar. Also hier der, die ganze Etage, also es ist alles tatsächlich nutzbar, was ich hier gestaltet habe. Habe jetzt aber auch nicht irgendwie Angst gehabt, dass irgendwas nicht benutzbar wäre. Ich habe das eigentlich alles relativ normal platziert. Genau, und dann Patty, wie gesagt, möchte eine Meisterdiebin werden. Und ich weiß, ich weiß noch nicht genau. Also keine Ahnung, ich habe irgendwie so den Wunsch bekommen, mit dem Haushalt zu spielen, weil ich mir so denke, das wäre irgendwie total cool. Und Chantal, die hier das grüne Zimmer hat, die möchte eine Stylistin werden. Und sie, ja, sie hat auch sehr interessante Charaktermerkmale. Ich glaube, sie ist zum Beispiel ein Snob. Aber sie ist auch freundlich und, ja, also hat auf jeden Fall einen sehr interessanten Charakter. Ich habe mir jetzt nicht alle Charakterwerte gemerkt, aber fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ich mag zum Beispiel auch diesen Vorhang hier. Ich glaube, das werde ich nochmal öfters machen. Also ich denke mir immer so, wenn ich irgendeine coole Idee habe, so, uh, das ist total toll, das mache ich jetzt öfters. Und dann mache ich das halt nie wieder. Aber immerhin habe ich jetzt einmal diesen Vorhang mit so einem schönen Blümchenmuster in schwarz-weiß eingefärbt. Und ich finde, das sieht halt richtig cool aus. Das sieht so irgendwie süß aus, aber auch cool, keine Ahnung. Also dadurch, dass es halt schwarz-weiß ist. Ich weiß nicht, ich mochte die Idee sehr gerne. Und, ja, also ich mag es gerade halt auch Häuser einzurichten von Sims, mit denen ich nicht wirklich spiele. Und sie trotzdem einzurichten und Spaß dabei zu haben und trotzdem irgendwie mir zu wünschen, mit denen zu spielen. Ich meine, wir haben hier immerhin eine Folge gespielt. Und meistens, wenn ich Hausbauvideos mache oder sowas, spiele ich ja gar nicht wirklich mit dem Haushalt. Außer halt für Screenshots oder sowas. Aber hier habe ich halt wirklich mal so eine ganze Folge verbracht, Let's Play aufgenommen und sowas. Das war schon ganz cool. Und meistens möchte ich ja tatsächlich auch in dem Haus spielen, weil ich meine, ich gestalte die Häuser ja auch, weil ich sie dann, wenn ich sie dann cool finde und, ähm, weil sie mir gefallen und sowas. Aber, ja, habe jetzt nicht so die Kapazitäten mit jedem Haus oder in jedem Haus wirklich intensiv zu spielen. Ich würde schon sagen, dieses Screenshot machen und sowas ist schon so ein bisschen in dem Haus spielen. Ich teste das Haus dann ja auch immer so ein bisschen. Das, ähm, ja, das gibt einem schon so ein bisschen was. Aber so wirklich zu jedem Haus ein Let's Play machen, das würde meine Kapazitäten übersteigen. Wobei, ja, so viele Hausbauvideos mache ich eigentlich auch nicht. Aber ich versuche jetzt in nächster Zeit, das ein bisschen zu verbessern. Ähm, und, ja. Ähm, aber eigentlich baue ich ja auch sehr viele Häuser, damit ihr darin spielen könnt. Also, wenn ihr quasi sehen wollt, wie es so ist, in diesem Haus zu spielen, könnt ihr es auch einfach runterladen und selber spielen. Wobei, das bei dem Haus vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist, weil ich da halt wieder sehr viele Inhalte verwendet habe. Aber, ähm, also im Prinzip sieht das Haus ja genauso gut aus, wenn man die Inhalte nicht hat. Dann muss man halt das nochmal neu einrichten mit anderen Möbeln und sowas. Aber, ähm, das Prinzip ist ja das gleiche. Also, man kann, ähm, die Räume in der Art, wie ich sie gestaltet habe, auch sehr gut, ähm, nur mit dem Basisspiel gestalten. Ähm, man muss dann halt die, die, die Muster und die Farben und sowas, ähm, so ähnlich verwenden. Und dann hat man ja trotzdem einen sehr ähnlichen Effekt. Sieht halt nur so ein bisschen anders aus. Und, ähm, ich habe ja vor kurzem auch erst so ein Hausbauvideo hochgeladen, wo ich mal wieder ein Haus nur mit dem Hauptspiel gebaut habe, beziehungsweise halt, ähm, renoviert habe. Und vielleicht mache ich das nochmal wieder. Also, irgendwie hat es total Spaß gemacht, nur Sachen aus dem Hauptspiel zu verwenden und die dann aber schick, ähm, zu gestalten. Und, ja, vielleicht, vielleicht mache ich das einfach nochmal wieder demnächst. Ähm, weil das war gar nicht so eine schlechte Idee. Ihr seht doch zum Beispiel, die Beleuchtung hat sich total geändert jetzt. Ähm, also das ist jetzt, ähm, zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen, wo ich, ähm, wo ich ja gemeint habe, weil, dass ich da noch so ein paar andere Ideen umsetzen möchte. Und irgendwie ist dann plötzlich die Beleuchtung so gelblich. Und dann habe ich vorhin für, für Screenshots, glaube ich, ähm, habe ich auch nochmal das Spiel geladen. Und dann war plötzlich alles pink beleuchtet. Keine Ahnung, ich, ich verstehe das manchmal nicht wirklich, warum diese Beleuchtung so eigenartig ist in diesem Spiel manchmal. Ähm, gerade auch in dieser Welt hier, also pink, gelb, in, in so, ähm, in so paradiesischen Welten ist die Beleuchtung einfach mal extrem blau. Und, ja, es ist, es ist irgendwie irritierend. Aber, ja, es stört einen ja nicht sonderlich jetzt in dem Video. Und, genau, hier habe ich nochmal so eine ganze Menge an Umänderungen in dem Raumplan hier gemacht. Ähm, habe hier die, ähm, die Wände noch ein bisschen verändert, die Raumgröße verändert. Und wir haben vor allem noch ein zweites Badezimmer, das sich hier dann, ähm, Patty und Chantal teilen können. Das sind ja eh die beiden Zwillinge. Die haben vielleicht nicht so ein großes Problem damit, sich ein Badezimmer noch zu teilen. Und das andere Badezimmer ist, ähm, eben für alle noch mehr gedacht. Ähm, das, das ist, denke ich mal, auch ganz angenehm, halt hier wirklich drei Badezimmer für fünf Sims zu haben. Ähm, gerade auch, weil die Sims halt wirklich auch genug Geld haben, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, man muss die jetzt sparen und wir können uns so zwei Badezimmer leisten. Sondern, ich würde sagen, das passt hier schon alles ganz gut. Ähm, ja. Ja, und, ja, ihr seht halt auch, wie, ähm, die, wie die Kinder hier auch schon im Bett liegen und schon am Schlafen sind. Das heißt, ich habe halt zwischendrin so ein bisschen das Spiel laufen lassen und die Sims halt irgendwie ins Bett, in ihre eigenen Betten geschickt. Aber, ähm, ja, bin dann immer noch am Umgestalten gewesen, weil ich halt immer noch ein paar Sachen geändert habe. Und ich habe hier zum Beispiel bei Pattys Raum auch noch einige von diesen, ähm, eher asiatisch aussehenden Lampen verwendet, ähm, die halt auch aus so einem Set sind. Ich glaube, aus einem japanischen, ähm, Einrichtungsset aus dem Store. Und ich fand die sehr passend, weil die halt erstens in schwarz-weiß sehr gut aussehen und das ist ja so ein bisschen das Thema dieses ganzen Raumes. Und, ähm, dann hatte ich ja auch noch diese, dieses eine Bild mit den Blumen, was ja auch so ein asiatisches Bild ist. Und ich fand das irgendwie ganz passend, dass ich vielleicht auch den asiatischen, ähm, Stil so ein bisschen mehr mag. Und, ja, deswegen, ähm, habe ich das da so mal so ein bisschen, äh, klug kombiniert. Und, ähm, außerdem habt ihr ja vielleicht gesehen, ich habe, ähm, hier die Wand noch so ein bisschen nach vorne gezogen. Irgendwann mir ist dann aufgefallen, ähm, dass das irgendwie sehr komisch aussieht. Also gerade halt hier an der Seite, ähm, des Hauses, wenn irgendwie die unterste Etage so ein bisschen zurückgesetzt ist. Und das sieht viel besser aus, wenn die tatsächlich, ähm, auf einer Ebene alle sind, die, die Wände. Und deswegen habe ich das halt noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen angeglichen. Und dadurch hatten wir auch ein bisschen mehr Platz in den Räumen. Und dann musste ich das halt alles nochmal ein bisschen neu machen. Aber das, äh, ja, das ging schon. Und hier seht ihr, wenn man die ganze Zeit irgendwie Probleme mit dem Dach hier hat. Weil, ähm, ja, das Dach halt immer so ein bisschen Arbeit ist. Aber, ähm, am Ende finde ich, sieht es halt ganz cool aus und dafür lohnt es sich. Und wie gesagt, Constraint for Elevation, wenn man, wenn man halt das so einmal komplett verstanden hat und weiß, ähm, was da so wichtig ist bei Constraint for Elevation, dann kann man auch damit sehr gut klarkommen. Ähm, es ist dann nur manchmal ein bisschen nervig, das immer und immer wieder zu machen. Und, ähm, aber, also ich hab, ich musste das schon ein, zwei Mal öfters machen, als ihr es hier jetzt gesehen habt. Das, ähm, hat doch ein bisschen mehr Arbeit gebraucht. Ähm, aber es passt. Genau, und hier habe ich die Fenster nochmal ein bisschen geändert, weil das mit dem Badezimmer einfach überhaupt nicht gepasst hat. Aber, ähm, ja, am Ende sah es dann doch ganz in Ordnung aus und, wie gesagt, ich, äh, ich bin so froh, dass ich noch dieses kleine Badezimmer hatte. Also es ist generell, ähm, was ich sehr gerne mache, ist, ähm, dass ich ein Haus nicht am Stück baue, sondern dass ich immer wieder pausiere und später wieder zurückkehre. Gerade, wenn ich auch an irgendeiner Stelle nicht weiß, wie ich weitermachen soll oder irgendwie nicht zufrieden bin, wie es aussieht, dann beende ich es halt erstmal, komme an einem anderen Tag wieder. Und dann habe ich halt manchmal auch zwischendrin ganz viele Ideen oder halt oft auch, wenn ich einfach wieder, ähm, in das Grundstück reinlade und mir das nochmal anschaue. Das hilft mir tatsächlich sehr oft, halt einfach nochmal so einen frischen Blick drauf zu haben auf das Grundstück. Und, äh, ja, damit ist der Umbau aber schon fertig und jetzt gestalten wir noch die drei, ähm, Töchter um. Zuerst, ähm, Chantal, ja, als allererstes gestalten wir Chantal um. Sie hat, äh, eine neue Frisur bekommen, ähm, ich weiß auch nicht, ich bin nicht so ein großer Fan von dieser Frisur, aber deswegen gebe ich sie auch einem meiner NPC-Sims, also den Sims, mit denen ich nicht spiele, weil dann kann ich mir die guten Frisuren für meine eigenen Sims aufheben. So mache ich das tatsächlich oft, dass ich mir denke, so, ah, nein, die Frisur ist zu gut für NPC-Sims, ich brauche die für meine eigenen Sims. Aber, ja, ähm, ich finde trotzdem eigentlich, dass Chantal sehr gut aussieht mit der Frisur. Ich wollte ihr halt einfach mal eine andere gegeben, als sie vorher hatte. Und, ähm, ihre Lieblingsfarbe ist, wie gesagt, grün und entsprechend sieht man das auch in ihrer Kleidung. Ich mag auch ihr Alltagsoutfit sehr gerne, ähm, was sie da hatte mit diesem, mit diesem langen, ähm, Shirt und den weiten Hosen darunter. Ich fand das irgendwie sehr gemütlich und, äh, auch ihre Abendkleidung gefällt mir ganz gut. Ich mag dieses Kleid echt sehr, sehr gerne. Ich hätte so ein Kleid auch gern selber. Aber, äh, ich habe so ein ähnliches Kleid auch, aber es ist, es ist nicht ganz so, wie das da ist. Aber, ja, auf jeden Fall mag ich diese Art von Kleid sehr gerne, die halt aussieht wie ein Oberteil und ein Rock. Ähm, find die irgendwie ganz cool. Dann, ähm, ihre Schlafleidung natürlich. Und ich muss auch sagen, Teenager einzukleiden geht ultra schnell. Also gerade, eigentlich habe ich mit weiblichen Sims dauert das dann mal ewig, bis ich die umgestylt habe. Aber wenn man bei, mit Teenager-Sims arbeitet oder Kinder oder, keine Ahnung, oder Senioren, wo man halt echt nur sehr wenige Optionen hat. Also Teenager und Senioren haben in Sims 3 nicht die gleichen Kleidungsoptionen. Sims 4 sind die ja vom Teenager-Alter an, bis zum Senioren-Alter dieselben. Das heißt, wenn euer Sim ein Teenager ist und dann ihr die Kleidung nie ändert, dann haben die das Gleiche auch noch an, wenn sie Senioren sind. Und ich finde das super irritierend. Aber, ähm, ja, jedenfalls, das ist in Sims 3 nicht so. Das finde ich einerseits gut, weil sie dann ihre Outfits ändern, andererseits aber auch schlecht, weil die Teenager und, äh, Senioren halt einfach sehr viel weniger Outfits haben und man sehr viel weniger Auswahl hat. Das finde ich sehr schade daran. Ähm, ja, aber so ist das jetzt eben, ähm, in Sims 3. Und, naja, es hat, wie gesagt, immerhin den Vorteil, dass, ähm, ich weniger lange brauche zu umgestalten. Ähm, hier ist Patchy, ähm, die die, die Farbe Schwarz liebt, kleptomanisch ist und eine Meisterliebin werden möchte. Ich finde, das passt alles sehr gut zusammen. Ich bin echt erstaunt. Ähm, ich habe ja den Sim nicht großgezogen oder sowas. Ich hatte da null Einfluss drauf. Ähm, aber so, so zufällig generiert, so zusammenpassende Eigenschaften und, und Merkmal und sowas zu haben, ist doch richtig cool, oder? Ähm, ja, sie hat natürlich ja auch ihr, ähm, ihr schwarze Kleidung bekommen und ich habe ihre Frisur nicht geändert, weil ich fand die ganz cool für sie eigentlich. Und, ähm, die beiden sind auch noch eine ganze Weile Teenager, das heißt, sie behalten ihre Outfits auch noch ein bisschen länger. Und, ähm, ich habe sie ja auch, also ich habe, ähm, ich gestalte die Sims halt jetzt um für die 600. Folge, aber ich habe sie jetzt vorher auch nicht immer umgekleidet. Ich meine, die sind ja jetzt auch in Großteil der Zeit mit zufällig generierten Outfits rumgelaufen, aber, ähm, das, also das mache ich halt nicht immer. Aber, ähm, mal schauen, wie sie dann als junge Erwachsene aussehen, ob sie dann okay sind. Also ich meine, wenn sie total verrückt aussehen, dann werde ich wahrscheinlich auch da ihre Outfits nochmal ändern. So wie ich das bei Julian und Betty ja auch gemacht habe, sobald sie Senioren geworden sind. Aber da müssen wir einfach mal so ein bisschen schauen, was, äh, der Zufallsgenerator von Sims 3 da so ausspuckt. Sehr wahrscheinlich nichts Gutes, aber lassen wir uns überraschen. Ähm, bei, ähm, bei der guten Shannon, der ältesten Tochter, habe ich, ähm, ja, auch direkt, nachdem sie eine junge Erwachsene geworden ist, ein Umstyling gemacht. Das seht ihr ja auch, das habt ihr in der 600. Folge gar nicht gesehen. Das seht ihr tatsächlich nur jetzt gleich, wenn wir das machen. Ähm, ich hatte sie ja tatsächlich auch schon vorher, vor der 600. Folge, so ein bisschen umgestylt, damit sie ein bisschen bessere Outfits trägt, weil die sahen vorher nicht so gut aus. Aber das habe ich dann nicht aufgenommen, ähm, weil, ja, das eigentlich interessante Umstyling halt eben das ist, jetzt, wenn sie zu jungen Erwachsenen geworden ist und was ich da so aus ihr gemacht habe. Ähm, weil so bleibt sie und so lade ich sie ja auch, äh, in den Exchange hoch. So könnt ihr sie ja runterladen und, ähm, ja, das, das andere, ähm, als ich sie als Teenagerin nochmal kurz umgekleidet habe, so an ihrem letzten Teenagertag, das war halt eher so für mich. Damit sie nicht ganz so schlimm aussieht, damit ich schönere Screenshots habe und solche Dinge. Ähm, aber, ja, ähm, das ist auf jeden Fall jetzt hier ihr Outfit, was sie als junge Erwachsene trägt. Ich finde das ganz cool, das habe ich, ich glaube, habe ich das schon mal verwendet in meinem Spiel jemals, keine Ahnung, wenn ja, dann vielleicht einmal. Es ist ein sehr interessantes Outfit, wie ich finde, also ich finde dieses, ähm, lange, dieses lange Oberteil, der hat so eine eigenartige Form gerade mit diesem übergeschlagenen Part. Keine Ahnung, finde ich irgendwie eigenartig, aber ich habe ihm lustige Muster gegeben und dann sah das irgendwie auch ganz cool aus für Shannon. Ich möchte die ganze Zeit Luena nennen, weil sie erinnert mich so sehr an Luena. Ja, ähm, ich überlege gerade, Luena müsste ihre Großcousine sein, ja. Oh Mann, ähm, ja, jedenfalls, ähm, weil er gerade auch mit der Frisur und, keine Ahnung, ihr Gesicht, ihr Gesicht ist schon ein bisschen anders als Luena, aber irgendwie auch ähnlich. Und vielleicht mag ich deswegen Shannon auch so sehr, weil sie mich an Luena erinnert und ich bin absoluter Luena-Fan. Ähm, die hat ja auch eine Zeit lang bei unserem Haushalt Familie Reuss gelebt, ähm, nachdem sie zusammen mit Moritz und Amelie auf die Uni gegangen ist, hat sie ja erst mit im Haushalt gelebt und dann ist sie aber ausgezogen, ist mit ihrem Freund Stiles zusammengezogen und die haben jetzt auch ein Kind und alles. Ja, ähm, ähm, warum rede ich über Luena, während wir hier gerade Shannon umstellen, das ist nicht nett. Ähm, ich mag auf jeden Fall ihre Frisur, sie hatte als Teenagerin, hatte sie so ein bisschen kürzere Haare, aber halt so die gleichen, die gleichen Haare und jetzt hat sie die halt nochmal ein bisschen länger bekommen, also hat sie sie noch mehr wachsen lassen und, ähm, ja, ich finde die Frisur auch ganz cool. Ich habe tatsächlich, also das sind glaube ich alles Frisuren aus, ähm, Reiseabenteuer und ich nutze die so selten, weil ich die irgendwie komisch finde, aber jetzt irgendwie so, ne, mit der Zeit, wenn man schon alle anderen Frisuren ausprobiert hat, gefallen einem die, die man anfangs komisch fand irgendwie, doch auch. Das ist ganz lustig. Ähm, ja, und ihre Lieblingsfarbe ist, wie schon erwähnt, türkis, deswegen hat sie ja auch so ein paar Outfits bekommen. Ich mag auch ihr Sportoutfit, ich mag dieses, ähm, Oberteil sehr gerne, ich finde das sieht irgendwie ganz cool aus an ihr, gerade auch die Farbgebung, ähm, ist ganz schön und irgendwie, finde ich, passt sie gut zu ihrer Frisur, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, aber, ähm, wie gesagt, ähm, auch bei ihr, ne, sie ist ja eine junge Erwachsene und trotzdem, ähm, ging es ziemlich schnell, sie zu gestalten. Okay, ich meine, ja, das war auch das zweite Mal, dass ich sie umgestylt habe, ich hatte sie schon ein erstes Mal umgestylt und dann ist es abgestößt und, ja, diese ganze Sache. Das war aber auf jeden Fall das Video, wie gesagt, ihr könnt, ähm, das Haus in der renovierten Form und die Sims in der umgestylten Variante im Exchange oder über Dropbox herunterladen, wenn ihr möchtet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video von mir wieder. Ciao!